Das war mir jetzt aber bescheuert irgendwie, warum ist man es wie immer hintereinander ran. Das war mir jetzt nicht intuitiv. So, ein paar schöne... Oh, oh, das ist ja schon wieder ein sehr verängstigendes Bild. Hat Heather dies gezeichnet? Nein, das war ich merkwürdig. Es scheint, als hätte ich es an dem Tag, als Mutter starb, gezeichnet. Ich kann mich nicht an diesen Tag erinnern. Großmutter sagte mir, dass ich unter Schock stand. Aber Heather sagte mir, dass es etwas anderes war. So, wir nehmen grüne Farbe mit. Das ist auch übrigens unsere Kanalfarbe. Es ist Benni und Steve grün. Die packen wir ein. So, mehr können wir nicht mitnehmen. So, hier können wir nochmal. Es gibt im Moment nichts zu tun. So, hier können wir ein paar Nüsse knacken. Meine Schwester liebt es, Nüsse mit ihm zu knacken. Sein Mund lässt sich nicht öffnen. Okay. Also, bitte. Moment, bitte. Was er Angst vor dem Muskeln. Er kann auf, wie stimmt er mich immer traurig. Ja, das... Das kann sein. Das kann sein. So, wir können vielleicht nochmal... Oh, hier oben. Meine Schwester hat hier geschlafen. Ich bin sehr traurig, dass sie nicht mehr... Das ist ja das für ein scheiß trivialer Satz, ey. Meine Schwester hat hier oben geschlafen. Ich bin traurig, dass sie tot ist. Die Tür zum Bad steht offen. Ich bin traurig, dass meine Schwester tot ist. So, steckt fest. Vielleicht wird es mit Feuchtigkeit herausspringen. Was ist das hier? Ein Holzflop? Ja, warum? Egal. Wasser ist immer noch abgestellt. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal Wasser anstellen. Okay. So, ja. Was? Kannst du verschieben, oder wie? Das ist wie so eine Schalterfunktion. Ja, wahrscheinlich bräuchten wir da erstmal einen Code. Ich mochte immer den grünen Seifenflakon. Okay. Oh, gut. Da müssen wir aber später nochmal hinkommen. Genau. Oh, hier. Die Püppchen. C. Laudius. Charles Laudius, der Familienälteste des Laudius-Clans. Er war ein gefühlloser und hochmütiger Mann. Ich hatte die Vermutung, dass er uns nicht mochte. Aber aus irgendeinem Grund musste er sich mit uns abgeben. Wenn man der Geschichte Glauben schenken kann, dann mochte er unsere Mutter sehr gerne. Damals war sie gerade mal zwölf Jahre alt. Sie haben meine Großeltern das Haus zur Hälfte des Preises verkauft. Nur weil sie meine Mutter mochten. Meine Mutter sprach nie von ihnen. Zunächst stand sie ihnen sehr nah und war oft bei ihnen zu Besuch, bis sie schwanger wurde. Hä? Danach ging sie nie wieder zu ihnen. Noch nicht einmal, um ihnen ihre Töchter zu zeigen. Wie? Also koffe doch wirklich, dass die Mutter später schwanger war. Hoffe ich doch bitte sehr. So, hier fehlt so eine Muschel. So ein Muschelstück. Das müssen wir bestimmt noch einsetzen. So, ich werfe mal kurz einen Blick auf die Karte. Hier? Ja, hier sind wir doch. Schau mal, wir können so ja noch hier irgendwann mal. Aber was? Oder ist es? Ist es wirklich... Wollen wir das Fragezeichen jemanden klicken? Na, mach mal. Was passiert denn da? Ach, finde die Paare. Memory. Okay. So, jetzt ist es jetzt hier. Douglas, das Spiel. Douglas, the game. Schawupp. So, dann habe ich mal gespürt. Flum. Den nehmen wir bitte. Okay. Nice. Und damit? Können wir hier nichts mehr tun in diesem Raum und gehen raus. Da müssen doch... Wolltest du nicht... Aus vors Haus. Genau, Wasser. Hm? Hm? Oh, bitte nicht. Nee? Hä? Ah, guck mal hier. Jawohl. Blooms. Deine Aufziehschlüsse haben wir da. Mein guter alter Freund, du leidest unter Wahnvorstellungen. Genau wie du machen wir uns große Sorgen um das Wohlergehen deiner Familie. Du weißt ganz genau, was wir dir gegeben haben. Wenn wir uns weiterhin von Elisabeth und all ihren Kindern fernhält, dann werden wir in Zukunft nicht so gütig sein. Charles Laudius. Der Brief von Charles Laudius adressiert an meinen Großvater. Genauso geschrieben, wie Briefe aus der Heianstalt, die ich gesehen habe. So, also wenn wir merken, okay. Okay. Wir merken also, dass Charles Laudius ist, glaube ich, nicht so der Nice Guy hier irgendwie. Nee. So, wie kriegen wir das denn jetzt hier raus? Den Plümms. Wir müssen wirklich hier die Strip erstmal wegmachen. Ah. Du brauchst bestimmt einen Laubbläser für oder so. Das brauchen wir eben wie eine Hake. Wieder einmal eine Hake. So, ich würde mal sagen, wir... Äh... Ne, hier können wir halt... Eine Sicherung haben wir noch nicht. Oder sollen wir jetzt hier einen Abschock... Sollen wir hier mit Geibern? Au. Kann das sein? Ein Hebel. Ist ja auch Quatsch, oder? Der Brunnen. Ah, die Strickleiter. Nee, aber die Strickleiter für die... Na, für das Baumhaus, oder? Ja, aber was sollen wir... Wir können jetzt hier... Ach, ja klar. Hier ist ja auch das Baumhaus. Ach. Na, sag mal. Warum möchte er denn nicht? Aber wir können ja irgendwas an dem... Wollen wir so hochwerfen? Ja, stimmt auch. Der kann es ja noch so festmachen. Richtig. Wir müssen ja erst die... Die Bretter finden. So, wir waren... Wo ist denn das mit dem Wasser? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Draußen die Sache mit... Von wegen Wasser einschalten und so? Ja, da glaube ich eher, dass wir mit der Angel ran müssen. Ja, das ist... Das ist eine sehr weise Entscheidung von dir, Ben. Die Frage ist jetzt... Was können wir denn hier machen? Weil wir können hier irgendwas machen. Wir können mit irgendwas interagieren. Oh, okay. But I don't know what. Wo geht es? Wahrscheinlich haben wir irgendwas übersehen hier nochmal. Ich heisse zu. Ist hier vorne vielleicht irgendwas drin oder so, unter dem Gras? Manchmal bloppt es ja so auf. Oder blinkt es? Ja. Hm. Tja, Leute, helft uns mal. Seht ihr es? Ah! Krass! Hm. Kannst du da irgendwas mit Öl machen? Weil da oben ist irgendwas. Guck mal, da oben. Über der Sicherung. Da ist wie so eine kleine Mini-Treppe. Was ist damit? Eine Eisenbahnschiene. Öl. Okay. Sag mir nichts, das war es. Ja, okay. Was sch... Ja. So, und jetzt... Gehen wir hier hin? Und, äh... Ob es da funktioniert? Das werde ich sehen, wenn ich die Batterie einlege. Wir haben keine Batterie. Nee. Ist nee, ist nee. Okay. Ja, hier habe ich mich schon gefragt, ob wir was mit der grünen Farbe machen können. Oh. Aber wahrscheinlich nicht. Warte mal, vielleicht brauchen wir tatsächlich doch noch. Du hast doch das Öl. Warte mal, kannst du nicht das Dings hier, das Mundstück irgendwie ein... Öl, um ihn im Mund zu öffnen? Weil er meckert ja immer die ganze Zeit rum, von wegen dem Mund lässt ihn nicht öffnen. Denny. Nice. Schönes Ding. Was jetzt? Kau das. So, der... Ah, Musikschatul. Haben wir schon eine Musikschatulie gefunden? Nee. Wo ist denn das? Ach, das ist oben. Siehst du, da sind wir ja nicht gewesen, wie sie Treppen auch ja nicht hochgegangen. Nüsse. Wobei, die Tapete gefällt mir irgendwie mit den Katzen da drauf. Oh, echt, ja. Oh, creepy shit, ey. Also, die sind süß ja mal, die Katzen. Ja. Aber... Aber das ist doch creepy shit, Alter. Wenn wir halt so eine Tapete haben, wenn wir mal mit so 80 oder was. So, was haben wir denn hier gefunden? Das ist ein Mosaikfragment. Ein Fragment. Okay, wir müssen mich ja Tant wegräumen. Also, also... Dieser Puppenarm. Es pumpt mal, aber es ist einfach... Oh, guck mal, das haben wir überhaupt. Ach, zum Aufstemmen von... Ach nee, aber das macht ja auch keinen Sinn. Hier fehlen uns die Mosaike. Okay, also hier ging es jetzt einfach nur hoch, ja? Okay, gut. Den geben wir nochmal zu dem Nussknacker. Und geben dem Nussknacker unsere Nüsse in den Mund. Komm, mach drauf hier. Das Herz, Benni, wir haben das Herz. Nice. Und zwar... Genau. Die Fernbedienung. Wie es endet, ja. Ja, das ist so real manchmal, ey. Stimmt. Es endet mit der Fernbedienung. Das kann doch nicht sein. Okay, wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Dann nehmen wir erst mal dieses blutige Messer. Was wird hier drunter sehen? Aber wir kommen ja nicht ran, denn der Nippel fehlt hier. Ja, dann kann man... Ohne diesen kann man... Ja, da kannst du nicht wegnehmen. Ja, und die Gesetzmäßigkeit eines jeden Horrorspiels. Wir haben kein Spiegelbild. Ah, stimmt. Wieder einmal kein Spiegelbild. Oh, hier ist noch ein Zettel. Ich weiß, dass du dies nicht kaputt gemacht hast. Ich spreche nicht mehr mit dir. Ach so, ich weiß, dass du dies kaputt gemacht hast. Ich spreche nicht mit dir. Ich werde keinen Moment länger mit dir unter einem Dach wohnen. Es ist alles deine Schuld. Wir haben hier Geld nicht gebraucht und schon gar nicht haben wir dieses Haus gebraucht. Du weißt ganz genau, was wir unserer Tochter angetan haben. Ach du Schande, ey. Mein ganzes Leben hatte ich nicht erwartet, dass mein Großvater so böse werden konnte. Entschuldig bitte. Der Elefant war sicherlich nur ein Ausreder. Der wahre Grund ist etwas ganz anderes. Traumreich. Okay, hier brauchen wir mal die Buchstütze. Die Elefantenbuchstütze. Aber die ist doch kaputt. Ja, wahrscheinlich müssten wir was Neues finden. Oder wir sind vielleicht in einer Zeit, wo die noch... Oh, okay. Okay. Also, nur in diesem Raum. Okay. Ja. Wir hatten noch vorhin... Ich schaue auf keinen Fall. Was? Ja, was wolltest du gerade sagen? Wir hatten noch vorhin irgendwo Fliesen. Äh, ja, glaube ich hier war das. Wie? Doch. Lavant, oder? War das nicht? Ein Schlüsselchen. Ach komm. Sehr gut. Ich habe ein Schlüssel gefunden. So. Please open it. Okay, wir haben einen kleinen Bunsenbrenner. Eine kleine Lötlampe. Aber was bringt uns dies nun? So, wo war... Schau mal draußen auf der Veranda. Können wir ebenfalls was machen noch? Hier war das, ne? Ja, hier war es. Kannst du hier auch mit dem Brecheisen irgendwas machen? Nee. Schade. Okay. Hier brauchst du ja wahrscheinlich irgendwie... Feuchtigkeit, oder was? Ach, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Wir sind übrigens nie rechts in die Tür gegangen, fällt mir gerade mal auf. Nee. Können wir das überhaupt? Kannst du den Schlüssel mitnehmen? Wenn er sagt, das Schlüssel passt ja in jedes Haus. Es gibt nur einen Schlüssel für alle Türen. Oh. Okay, da hast du recht. Du bist da. So, muss ich mich auch kurz mal orientieren. Aber wo ist es hier hin? Äh. Oh. Bitte. Bitte. Hierfür brauchst du ja einen speziellen Schlüssel. Wir haben hier sehr viele spezielle Schlüssel, die wir brauchen. Was ist hier mit? Aha! Was? Was? Was ist hier mal nervig? Hier ist es. Mit? Ach so. Aha, okay. Was ist denn? Alles gut, jetzt sind wir gerade. Die Deppenmucke gerade hier, ey. Meine Fresse. Was ist denn unser Ziel? Wir müssen das immer wiederholen, was er uns hier vorgibt. Ach der, ach okay. Oh, okay. Für mich sieht es gerade nur so aus, als ob du die ganze Zeit draufklickst. Ich denke mir gerade so, wie oft willst du die Melodie noch spielen? Das ist so eine nicht funktionierende Musik irgendwie. Das ist so. Das ist so. So eine nicht funktionierende Musik irgendwie. Das ist ganz bescheuert bei, oder? Oh. Aha. Cool. Das hätte ich als Kind ja nicht gehabt. Also jetzt nicht mit dieser nervigen Scheiß-Melodie, aber halt Ritter, die sich so verbeugen können und ein Schild hochheben können und schwärzecken. Schön. Oh, das wäre nice, ja. Oh, das wäre nice, ja. Das wäre nice, ja. Untertitelung des ZDF, 2020